Wie ihr schon am Titel erkennen konntet, ist das hier die letzte reguläre Skyblock-Folge. Wieso? Das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Bekommen wir anscheinend doch auch noch Sachen gedroppt. Wahrscheinlich wer wieder am nächsten am Portal ist. Da ist ein Magma-Blöcke. Eine Festung, weil wir haben uns die Koordinaten aufgeschrieben. Wir müssen, ja 0-0 ungefähr. 0-0 und keine Ahnung, was für eine Höhe. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich nach einer Festung suchen wollen. Da gibt es noch keine Passionen, oder auch Welten, wo die Welten, Gebiete, wo die bessere Fekte spawnen. Aha. Das ist alles eine Lüge. Alles eine Illusion. Ich habe abgeschossen. Stimmt, hier spawnen ja jetzt Viecher, logischerweise. Nö. Oh, war close. Oh, mit dem Nullabhängen, Junge, mit dem Nullabhängen. Aua. Nevermind. Wo gehst du? Ohhhh. Gunpowder. Wir können Fire Charge Craft. Nö, aber ich kann jetzt Feuerwerk machen. Du bist auf der anderen Seite. Ah, das Problem. Ah, hi. Hast du ein Boot? Ich habe keinen einzigen Lava geworfen. Ich kletter mal kurz hier hoch. Ach du, Asi. Ah, er schießt dich. Der ist einfach in uns gespawnt gefühlt. Mhm. Riff. Aua. Riff. Wo fliegt er denn jetzt hin? Au, assassine. Nice. Ich bin kurz hier hochgeklettert und gucke, ob ich Jungen hat filmt. Mhm. Aua, zwei Männer. Zwei Männer. Zwei Männer. Zwei... Zwei... Handys. Oh, hier ist gut. Der brennt, der ein Idiot. Brauche ich in die Lava zu tippen, ihr Lappen. Oh mein Gott, der baut meinem Scheißdinger. Da ist ein Gast, mit der mich jetzt runterhaut. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Ich kann es mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Bitte nicht. Ich habe einfach einen schaden Druck, wo nichts draufsteht. Das kann sein, ja. Er hat mich runtergehauen. Der Interbell verfolgt mich. Wo bist du denn? Ich bin hochgeklärt. Okay, ich bin safe. Ey, was ist das? Ich bin eine Verzauberung, wenn keine Jaws. Keine Perle. Boah. Ich möchte keine Ahnung. Ich höre schon wieder einen Gast. Mhm. Schalker Box. Ich packe jetzt erstmal die ganze Scheiß hier in die Schalker Box, die ich im Infob. Außer, außer die Pilze. Mann, dieser Gast. Er fang so ab. Er geht immer nach oben, wenn ich ihn fast habe. Boah ey. Nirgends weit und breiten Fetztum. Wo bist du hingelaufen? In welche Himmelszichtung? Osten. Oder so. Kann gut sein, dass ich noch Osten bin. Ich habe noch einen Mann. Mhm. Hab ich da? Ich hasse es, wie die sich bewegen. Hallo? Assi. Wieso darf ich hier nicht kritten? Zweite Pearl. Hallo Garst. Entweder du schießt mich jetzt an, oder du bleibst da stehen, wo du bist. Danke. Alter, spiele ich hier eigentlich zerklüftete Minecraft-Welt, oder was ist das hier für eine Worldgen? Ist das irgendwie so? Ja, und ich kämpfe gegen Enderperle. Ich habe gerade einen sehr risky Jump gemacht. Oh, hier sind noch mal zwei Männer. Ja, aber wir sind auch zwei Männer. Ah, du bist bei mir. Lol. Hä? Wie schnell war ich denn jetzt bei dir? Hey, warst du nicht 600? 700, 300? Ja, 390. Hä, wie sind sie denn jetzt? Ähm, die sind weg. Ja. Er ist wieder da, ich höre ihn. Wo ist er denn? Hä? Ist er hier unten? Ich höre ihn doch. Er ist gleich hinter mir und klappt ihn. Er ist hinter mir. Oha. Ja, das mit dem Kält bin der gar nichts. Ich suche sie übermorgen. Warte. Drei Perlen habe ich. Und ich habe einen Ender-Portal-Frame noch gedroppt bekommen. Wie viele Blaze-Rods haben wir zu Hause? Wir haben eigentlich auch voll viel Blaze-Rods zu Hause. Ich bin, ich bin, ich bin, ich brauche ganz dringend Hilfe. Ganz dringend. Was ist es denn? Ich bin, äh, äh. O mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso kann ich denn nicht hier drüber jumpen? Ich habe vergessen, dass ich einen Totem habe, Digga Ey, das war ja so useless Das war ja so dumm Ich war zu blöd, mich hochzubauen Und die scheiß Potion konnte ich auch nicht trinken Aber anscheinend habe ich sie getrunken Gibt es irgendeine Regel, dass nach 1000 Böcke Radius Oh, wir haben grüßes Glas Ich habe ein COD Ich habe hier COD Das verstehe ich wirklich nicht Wie die Amis Call of Duty ausbrechen Das ist so schlimm, ne? Gott Ja Unmenschlich Boah, das ist das Spannendste bis jetzt am Nader Ich bin sterben Hilf mich Welteinsatz Gewonnen Was sind das für Worldgens? Hallo Du da stehst, Alter Bist du? Ah, hier Soll ich dir eine Treppe bauen? Hm Ich schaue mir überhaupt eine feste Smile Oh, du wohnen Benne Ich glaube, es ist eine einzelne Folge Die Verzweiflung Chapter 4 Ich habe auch keine Ahnung, wo du bist, leider Es gibt's nicht Ich locate gleich eine aus Aggressionen Als würden wir hier eine Minecraft Speedrun Challenge einen Dorf suchen Ja, hier generiert sich die scheiß Lava erst, Alter Oh mein Gott im Himmel, Alter Pass auf Wenn du hier runter gehst Oh lol Oh lol Ähm Boah, es gibt's nicht Hier ist halt nichts Hier ist nicht mal mehr irgendwas Hier ist einfach nur leere Lava ist die Leere Eine Frage, gab's denn 1.4 von Festungen? Endlich Bin ich mir nicht mehr sicher Ich auch nicht mehr, wenn's so weitergeht Oh, fuck, au Ich hab' der Tür bekommen Geil Was ist du denn? Oh lol, der droppt Sponge Nicht in die Lava Nicht in die Lava, der droppt sonst kein Loot, der Bray Was macht der denn da? Hä? 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 Der hat mich gewonnen hättet Was? Wie viele Herzen hattest du? Ich hatte alle, ich hab' genau was gegessen What? Ich hab' deine Level genommen, glaube ich Ich hab' nicht mal mehr irgendwas gedroppt Ich hab' hier einen Grabstein für dich Ach mann Hier ist schon wieder gar nichts Ich komm' jetzt auch rechts Hier geht Rechtslage Ich glaub' der hat einen Hass auf mich speziell Aber haben gedroppt Was? Ich hab' noch einen bekommen Ich hab' auch noch einen Ich hab' übrigens ein Bett Ich seh' mich das gleich aus Versehen placen Ich hab' noch einen Comperator Ich geh' mal hier unten lang Ja Das gibt's nicht Was? Was? Was hast du getan? Ich würd' ausprobieren wieviel Also ich Ach Geil Also ein bisschen Glück hast du Was hast du gemacht? Ich hab' weggeplaced Warum? Warum? Ich weiß es nicht Du musst Steine davor placen Sonst Kassierst du zu arg Ja ich war Ich hab' mich von extra echt viel Blöcke entfernt Was schon probierst du's Ey ich hab' ne Hose für dich Ich Nicht aus Trigger Das war einfach auch aus Ist da Wirklichkeit? Eigentlich schon Hat er ja Proberke ausgestellt? Das macht eigentlich keinen Sinn Wobei Doch das könnte sein Das wird Sinn hergehen Soll ich mal Locaten? Rein Interesse halber Ja Lackt Oder Es laggt Kannst du dich bewegen? Ingame? Kannst du Sachen abbauen? Wie ein junger Gott Ich glaub' der Server spielt grad ab Wie ein Kein junger Gott Nee Ja Timed out Ich glaub' der Server hat Garten Der Server kackt grad ab Weil er Weil er Weil er keine Festung locaten kann Weil er das ganze ganze Welt locatet Und keine Festung findet Ach so Dann würde ich sagen Gehen wir einfach aus dem Nether raus oder? Ja Ach ich will nicht zurücklaufen Nee Ich hab mir ja kurz ins Spectator gegangen Kann nur nicht sein, dass es echt keine Festung gibt Das macht doch keinen Sinn Oder gibt's im Void keine Das macht auch kein Ding Das macht alles keinen Sinn Aber schon allein Dass man den Locate Command nicht nutzen kann Weil's das nicht gibt Ich tippe mich mal zu 0 60 0 Ja ok da ungefähr Also jetzt ist das echt RNG Es muss ja wirklich nur auf den richtigen Loot packen Wenn überhaupt Nicht bewegen Oh mein Gott alter Oh ist das alles frustrierend Hallo Tiere wir sind zu Hause Genau Wir müssen warten auf Endermänner Und auf Blazers Und das dauert ewig Genauso wie auf Villager Und ja Ich glaub so viel Zeit und Nerven haben wir nicht Ja Wir können uns jetzt auch einfach in den Endcrystal stellen Und alles in die Luft sprengen Ja 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 Sind wir bereit? Ja!